recht herzlich willkommen zur 149 folge von towns ja hier passiert nix wie man sieht das ist ein bisschen schade aber was will man machen ist pausen noch dran ja leider wird da nichts abgebaut und oben hat man noch den sand in der letzten folge auch gemacht und der ist auch noch nicht gemacht aber wo ich noch überlegen war lass uns mal gerade hier runter gehen hier war ja ganz viel ausgewählt auch und so wie man hier sieht hier ist auch wieder ganz viel ausgewählt hier unten auch wenn wir jetzt noch tiefer gehen ist hier auch ausgewählt vielleicht liegt ein bisschen daran dass wir die überfordern in dem sinne wer weiß wann die dazu kommen das zu machen ich weiß nicht ob hier noch was ist ich glaube hier ist dann doch nichts oder doch guck da haben auch was es gibt immer überall stellen wo wir die hinschicken dass die abbauen das war mal die stellen sein lassen vielleicht vielleicht wird es dann auch wieder sind natürlich auch mit essen machen zum beispiel beschäftigt hier fehlt noch ein tisch drinnen dann ist die bäckerei die wir dazu gebaut haben auch fertig gerade weil jemand gekommen aber ich glaube es war ein held man hier sehen oder ja sieht so aus hier der hier läuft okay und dann gucken wir mal gerade rein hier essen ist zweimal fahren da gibt es einen kuchen sieben äpfel sechs bieren der kuchen ist nicht werden ein paar kuchen angeschmissen glaube sonst sehe ich jetzt gerade nicht unbedingt was aber doch die radiesten sind noch da banane eine also essen hier sieht man auch drei jetzt mal also die bäckerei hat es schon gebracht und die haben auch ziemlich viel hunger denke ich mal dass die was essen müssen hier sieht man gerade wieder am runtergefallenen stein das ist nicht so gut ich glaube wir ziehen mal die wand da dass das hier fertig wird muss ich aber hier oben drauf glaube da können wir mal wieso ist das rot da so können die ach so weil da okay warte mal wir sind so wie es nähe wir sind jetzt schon ein zu hoch hier müssen wir das machen und das können sie da nicht weil sie da nicht hinlaufen können wahrscheinlich machen wir mal so und ach so ja jetzt aber die shift hast du wieder nicht gedrückt dann auch die andere seite so und dann noch mal drücken okay der ist auch weggenommen der eine jetzt hier abgestürzt ist man muss da wieder einer hin steine drauf bauen ist kein problem wie man sieht läuft decke wird gemacht ich mache jetzt eine flache dach ob das jetzt richtig ist oder nicht die nächste frage habe ich das jetzt was mit der tür los die passt da irgendwie rein oder natürlich mich sieht so komisch aus ist dann stein runtergefallen der da nicht hingehört ich glaube immer an lockt die door und dann machen wir die mal gerade woanders hin weil ich glaube da passt was nicht mit dem stein gehen wir mal hier gerade in die furniture weil da gibt es auch die türen und die ist da und ich stelle mal gerade dahin dann bitte doch nicht weggenommen und dann sehen wir dass da was falsch ist wetten sind keine tür pass auf da wird die neue nähe siehst du da ist nämlich ein abgestürzter stein und den können die nicht weg machen weil da uns so ein ding ins fehlt wie heißt es ist ein scarf rot ein baugerüst dann lass uns da mal gerade das noch hin machen dass das wieder wird wir holen noch einen stein da der ist aber jetzt nicht weggetragen kommen wir zurück mann holz so schiff dass sie nicht vergessen das schief gelaufen das klappt gerade nicht kann ich da schlecht auswählen oder so da läuft es jetzt ist der da auch weg delete den wo die tür ist woanders hingebracht worden gar nicht dahin das bedeutet kann man so weg machen kann so weg machen oder ja und ist weg jetzt noch mal zurück und die tür gebaut dann passt es da gleich wenn der scaffold da weg ist ah stopp das war schon richtig hier oben noch so jetzt hat gerade einer weg gemacht so tür ist da oder angemarkt wo sie hin soll fenster fehlen noch können wir aber auch gerade machen ich sehe jetzt nicht ob der ich glaube jetzt mal das fenster da oben drauf gebaut das sollten wir mal weg machen das ist nämlich verkehrt das war jetzt falsch ich würde mir lassen wir da stehen das macht so keinen sinn sonst ach so die können die fenster nicht bauen weil uns der sand fehlt und den wollten wir hier weg haben alles klar wissen wir bescheid das dauert mit dem sand machen wir gerade die dicke weiter ich glaube wir machen mal zehnmal hier soll die lang schiff das nicht vergessen da auch lang ja das müsste klappen höchstens die bauen den stein als erstes sind so da kommt der erste stein und dahinter liegt da alles klar gut geklappt so jetzt geht's aber ich noch ausgewählt ja so jetzt nochmal jetzt wird er da weggenommen noch nicht noch nicht wer nimmt den stein da weg den holzklotz dieser ist ja kein stein ich möchte niemand da wegnehmen ist aber noch zum umbauen da ok da kriegen wir das jetzt hier mal so hin na komm weg damit so da geht's und jetzt wird er auch gerade genommen worden wahrscheinlich ne decke kommt drauf so läuft's da hinten kommt auch einer hin machen wir mal so ja das dach wird dann gemacht läuft so dann wollen wir mal schauen da kommt der nächste mit dem stein ja es sind noch drei vier fünf steine die gebaut werden können kommen auch ok noch ein stein fünf immer noch vier mal gleich gucken wie wir das hinkriegen das müsste hier lang gehen kommt jetzt gerade keiner doch da kommt einer vier also noch drei wäre schön wenn der da hinkommt wurde aber nicht es sind gerade neue leute gekommen zwei noch ist klar dass das jetzt da hapert da ist natürlich deswegen kann ich da nicht auswählen sowas doof ist aber auch ne so jetzt geht es aber da lang und da geht es auch lang dann sind es nur noch vier wenn man die vierte kann machen dann ist das überhaupt kein problem mehr wenn es diese zwei und die zwei sitzen dann läuft's obwohl jetzt könnte ich sogar schon alle ziehen glaube ich ne ja müsste gehen müsste gehen ja das heißt das dach ist dann gleich fertig warum läuft da einer hoch da lief doch gerade einer hoch ohne den stein oder durch die fenster kann man laufen okay alles klar ja so das ist nummer hier dass die drei noch zwei dann ist zu haben wir es da geschafft einer noch kommt da noch einer wo ach so unten was hier kommt keiner mehr letzte stein wird nicht gebaut hat denn er wie nicht gereicht wer glaube der ist nicht ausgewählt naja da ist nichts blaues das kann sein da ist noch ausgewählt so jetzt ist er ausgewählt kurz gucken ob den einer macht ich glaube ja der ist es der holt auch schon holz meine ich und baut ihn da ein wunderbar so nochmal gucken hier ist kein sand weg hier oben hat sich auch nichts getan schade so dann schauen wir mal weiter wie sieht es jetzt gerade mit essen aus haben wir da genug zwei brote sieben äpfel keine bierne kuchen hier sind drei kaktusfrüchte kuchen da gibt es zwei okay also gebacken wird getreide ist angepflanzt könnte mehr sein würde ich sagen kaktusfrüchte haben wir hier die auch geerntet werden tendenziell würde ich sagen machen wir hier noch eine reihe hin ja machen wir einfach mal da könnte noch eine kerze hin dann erstmal dieses menü an deko kerze kerze da ja passt dann auch okay gut okay die kerze nochmal neu sortiert hier ne ich weiß nicht ob die jetzt passen oder nicht hier sieht es ein bisschen komisch aus da passt es da passt es auch nein die ist glaube richtig die ist richtig dass die denn da auch richtig 1 2 1 2 3 1 2 3 er passt das heißt die kerze steht noch richtig 1 2 3 die passt auch hier diese kerze ist glaube fehl am platz 1 2 3 1 2 die ist richtig die ist fehl am platz anloggen die ist auch falsch diese ist richtig die sind richtig die ist richtig die sind alle richtig hier das passt so da käme eine hin machen wir mal eine hin und so wenn ich die schiff taste gerückt deswegen kommt die da nicht hin aber da muss auch eine gut ok hier stehen die einigermaßen richtig oder ja diese da steht falsch die müsste hier hin das bedeutet machen wir dann unlock hin und ja wir können auch destroy cut weed seedling machen wir mal das ich hoffe der nimmt da auch gerade einer weg dann bauen wir das da rum dass der da richtig hinkommt ne wäre schon schöner wenn der da richtig steht kerze unlockt antel humus zu dingster boomster passt und dann setzen wir das da mal hin wenn der dann da eine das macht gut kommt da noch jemand weiß ich nicht sind jetzt viele gerade hier aber sieht nicht so aus als ob da einer das macht was ich gerade wollte da läuft einer so das bedeutet dann machen wir da die kerze hin die auch gleich daneben steht und dann passt das gleiche müssen wir hier machen die kerze anloggen und wenn das da umgegraben ist kommt die dahin wird gerade gemacht super und kerze hin auch super hat geklappt ok dann ist das bis dahin erst mal richtig und jetzt mal gucken ob die anderen kerzen sind dann würde ich sagen soll es für die folge erst mal reichen ist der sand weg ne der ist dahinter ne ja ich glaube dahinter ist er oder täuscht das ne der ist da ok danke ich für zuschauen und würde mich freuen wenn ihr in der nächsten folge dann wieder mit dabei seid bis dann tschüss 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 Vielen Dank.